Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Katrin Krapfers und ich bin die Gründerin von Dein Mentaler Espresso. Und ich habe heute eine ganz kurze PMR für dich, eine progressive Muskelrelaxation. Und diese PMR kann dich dabei unterstützen, dich zu entspannen und dir selbst deinen Raum der Ruhe zu schenken. Genieß dich jetzt in vollen Zügen, mach es dir ganz bequem, schließe deine Augen, deine Katrin. Lass dir jetzt ganz bequem und du kannst die folgende Anleitung sowohl im Liegen als auch im Sitzen durchführen. Achte als allererstes mal auf deinen Atem und nimm mal wahr, wie dein Atem in seinem ganz natürlichen Rhythmus durch deine Nase einfließt und durch den Mund ausfließt. Und wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe jetzt deine Augen, wenn du magst. Und wende deine Aufmerksamkeit deiner dominanten Hand zu. Und wenn ich jetzt sage, ballst du deine dominante Hand zur Faust und ziehst deinen Arm in Richtung Schulter, sodass du eine Anspannung im Bizeps wahrnehmen kannst. Und wenn ich locker sage, lässt du die Anspannung und lässt deinen Arm ganz sanft auf die Unterlage auflegen. Bei jeder Übung atmest du ganz locker durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und jetzt balle deine dominante Hand zu einer Faust und ziehst du deinen Arm in Richtung Schulter, sodass du die Anspannung im Bizeps wahrnehmen kannst. Spüre die Anspannung und halte die Anspannung. Atme ganz ruhig und locker weiter. Und locker. Öffne deine Faust und lass deinen Arm ganz sanft auf der Unterlage auflegen. Und spüre nach, wie sich die Entspannung anfühlt. Nimm das ganz wahr. Wie weich dein Arm wird, vielleicht auch warm. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf den anderen Arm, auf deine andere Hand. Und balle auch da wieder deine Hand zur Faust und ziehe sie hinauf zu den Schultern, sodass dein Bizeps eine leichte Anspannung, dass du in deinem Bizeps eine leichte Anspannung verspüren kannst. Und jetzt balle deine Hand zu einer Faust und ziehe sie hinauf zur Schulter. Spüre die Anspannung. Und atme ganz locker und leicht weiter. Und halte noch für einen kleinen Moment. Und locker. Öffne deine Faust und lass deinen Arm ganz sanft auf die Unterlage auflegen. Und spüre der Entspannung nach. Spüre, wie sich dein Arm jetzt anfühlt. Und genieße diesen Moment. Genieße dieses Geschenk, das du dir im Moment bereitest. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken und spüre mal hin, wie sich dein Nacken im Moment anfühlt. Und sobald ich jetzt sage, drückst du deinen Kopf nach vorn gegen die Brust und hältst die Anspannung für einen Moment. Atme es dabei aber ganz locker und leicht weiter. Und jetzt drücke deinen Kopf nach vorn gegen die Brust und halte die Anspannung und nimm diese Anspannung wahr. Atme ganz ruhig und locker weiter. Und halte noch für einen Moment diese Anspannung. Und locker. Löse diese Anspannung und lass deinen Kopf wieder ganz sanft in die Unterlage aufsinken. Und genieße diesen Moment und spüre nach, wie sich Entspannung in deinem Körper anfühlt. Wie sich Entspannung für dich anfühlt. Nimm wahr, wie du ruhiger und ruhiger wirst. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Oberkörper. Und nimm mal wahr, wie sich dein Oberkörpermoment anfühlt. Wo vielleicht auch Anspannung sitzt, wo vielleicht schon Entspannung vorhanden ist. Und wenn ich jetzt sage, dann ziehst du deine Schultern zu deinen Ohren und spannst deinen Bauch ganz fest an. Atme es dabei ganz locker und leicht weiter. Und jetzt ziehst du deine Schultern zu deinen Ohren und spannst deinen Bauch ganz fest an. Spüre diese sanfte Anspannung und atme ganz locker und leicht weiter. Und halte diese Anspannung noch für einen kleinen Moment. Und locker. Löse diese Anspannung. Lass deine Schultern wieder ganz weich werden. Dein Bauch ganz weich werden. Und spüre mal nach, wie sich Entspannung anfühlt. Nimm wahr, wie du ganz ruhig wirst. Und wenn du möchtest, kannst du dir folgende Affirmation sagen. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf dein dominantes Bein. Und spüre mal hin, wie sich dein dominantes Bein im Moment anfühlt. Nimm deine Zehen wahr. Dein Knie und deine Oberschenkel. Und wenn ich jetzt sage, dann ziehst du deine Zehen an und hebst deinen Oberschenkel ganz leicht. Und jetzt ziehe deine Zehen an und hebe deinen Oberschenkel ganz leicht, damit du eine sanfte Anspannung wahrnehmen kannst. Und halte diese Anspannung für einen Moment. Atme dabei ganz locker und leicht weiter. Und locker. Senke dein Bein. Lass deine Zehen wieder ganz sanft, ganz weich werden. Löse diese Anspannung. Und spüre nach, wie sich die Entspannung in deinem Bein im Moment anfühlt. Wie dein Bein vielleicht ganz weich wird oder warm. Spüre diesem angenehmen Gefühl, diesem Wohlgefühl nach. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf dein anderes Bein und spüre da auch mal hinein, wie fühlt sich dein Bein im Moment an. Wie fühlt sich dein Fuß an, deine Zehen, dein Knie, dein Oberschenkel. Und wenn ich jetzt sage, dann ziehst du deine Zehen wieder an und hebst deinen Oberschenkel ganz leicht. Und jetzt ziehe deine Zehen an, hebe deinen Oberschenkel und nimm die Anspannung wahr. Und halte diese Anspannung für einen Moment. Atme dabei ganz locker und leicht weiter. Und locker. Lass deine Zehen wieder ganz weich werden. Löse die Anspannung. Und spüre die Entspannung. Nimm dieses angenehme, wohlige Gefühl in deinem Bein wahr. Und genieße dich. Genieße diesen Moment, diesen Raum, in dem du nichts anderes tun musst, als dich zu entspannen und Kraft zu tanken. Jetzt nimm nochmal deinen gesamten Körper wahr. Wie fühlt sich dein gesamter Körper im Moment an? Spüre nochmal in deine Hände, deine Arme, dein Gesicht, deine Augen, deine Nase, dein Mund. Nimm auch deinen Nacken wahr. Dein Oberkörper, deinen Bauch, deine Oberschenkel. Deine Knie, deine Knie und Füße. Nimm wahr, wie ruhig du gerade atmest. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Hier beenden wir jetzt diese kurze Anleitung der progressiven Muskelentspannung. Und ich werde jetzt von 1 bis 4 zählen. Und bei 4 öffnest du die Augen und bist wieder ganz klar und frisch im Hier und Jetzt. 1. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase und atme frische Luft und Energie ein und durch den Mund wieder aus. Und 2. Bewege deinen Kopf ganz langsam hin und her, nach links, nach rechts, ganz so, wie es für dich angenehm ist. Und 3. Bewege deine Hände, deine Füße. Du kannst dich strecken und recken. Gehe den Impulsen deines Körpers nach. Und wenn du soweit bist, dann öffne bei 4 deine Augen und sei wieder ganz klar und frisch im Hier und Jetzt. Gehe den Impulsen deines Körpers nach. Gehe den Impulsen deines Körpers nach.